Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered or no, man, I still go. Go, 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 go. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und ihr seht, heute ist richtig viel los. Ich habe heute das Video für euch, Deutsche Meisterschaften Ausstellungsfahren auf der Bahn. Ich bin selber nicht mitgefahren, sondern mein Vereinskollege Max Brise. Der war auch so nett, dass ich ihm die Kameras reinbauen durfte. Und jetzt haben wir sogar die Daten mit drüber gelegt. Und wir haben auch noch vom Rennveranstalter das Videomaterial zur Verfügung gestellt bekommen. Also hier ist richtig was los und sehr schöne Aufnahmen natürlich. So, es ging jetzt los. Das Rennen wird quasi nach einer Runde jetzt hier gestartet mit der Pistole. Und ab jetzt scheidet jede Runde ein Fahrer aus, und zwar immer der letzte entsprechend. So, ihr seht hier, man muss schon richtig, richtig Leistung drücken, um hier nach vorne zu kommen. Wir haben nach einer Runde jetzt schon 60 kmh und das Rennen geht voll los. Das ist auch sehr, sehr eng, ja. Jeder versucht natürlich hier bestmögliche Positionen sich zu erarbeiten. Und man möchte auf gar keinen Fall eingebaut werden. Jetzt kommen wir hier nach der zweiten Runde rum. Noch nicht mal eine Minute vergangen und jetzt gibt es hier schon die erste Ausscheinung. Unten der Fahrer hat quasi das hintere als letzte über die Linie gebracht und ist entsprechend jetzt raus. So, Max ist jetzt auch hier ein bisschen eingebaut, ja. Kann sich weder nach rechts vorne und nach hinten bewegen. Und versucht jetzt einfach hier möglichst weit vorne mitzuschwimmen, sodass dann ein Fahrer hinter ihm ausscheidet. Ist natürlich immer ein Spiel mit dem Feuer, ja. Weil wenn die Fahrer dann oben rumfahren, man hat halt keine Chance sich irgendwo hin zu bewegen. Dafür müssen die Fahrer oben natürlich einen längeren Weg fahren, ja. Und sind auch ein bisschen im Wind. Und in dem Fall trifft es jetzt hier Nils Alkanji. Der fällt dann jetzt oben raus. Und es geht natürlich jetzt weiter hier Vollgas. Max ist jetzt natürlich noch ein bisschen weiter hinten gerutscht, ja. Und jetzt sieht man in der Rückkamera zwei Fahrer hinter ihm, so. Jetzt ordnet er sich auch ein bisschen weiter oben ein. Da gab es noch eine kleine Berührung jetzt. Und dadurch wird jetzt Konstantin Lohse da oben ein bisschen hochgedrückt. Und ja, hat jetzt auch keine Chance da was zu machen und versucht jetzt da unten reinzufahren. Sieht er aber auch, dass da kein Weg ist. Und ja, dann scheidet er jetzt in dem Fall hier aus. Hat Max ziemlich Glück, weil er ist quasi als Vorletzer über die Linie gefahren. Und sonst wäre er halt in dem Fall ausgeschieden. So, jetzt ist er hier ganz hinten, hinter Roger. Der fährt immer so eine Taktik, dass er sich relativ weit hinten aufhält. Und er einfach immer versucht, jedes Mal Vorletzer zu werden. Was natürlich genau auch reicht beim Ausstellungsfahren. So, Max beschleunigt hier aber sehr schön ran, ja. Er setzt sich hier außen daneben und kann so relativ locker noch der Ausstellung hier entgehen. Und versucht jetzt aber gleich hier mit dem Schwung auch nach vorne zu fahren, damit er quasi hinten jetzt nicht mehr wieder beschleunigen muss und neu antreten jedes Mal. Calvin Dick fährt jetzt hier vorne unten. Tempo ist natürlich, ich sag mal, der sicherste Spot, den man haben kann. Allerdings auch einer der anstrengendsten, den man haben kann. Ja, weil man ist mal voll im Wind und die anderen sind hinten dran. Da fährt man aber perfekt einen Überblick und kann sich auch von nach vorne immer gut bewegen. So, hier ist es wieder Ausscheidung und der nächste Fahrer fällt halt raus. Man sieht halt unten die Fahrer, die versuchen immer, ihr Vorderrad möglichst weit nach vorne durchzustecken. So ist das Hinterrad auch ein bisschen, weil er nach vorne kommt. Jetzt hat Max ja auch ein bisschen Glück hier, dass Moritz Malcherich, der ist von oben außen rüber gekommen und hat sich dann vorhin gesetzt. Dadurch konnte er sich auch vor Calvin setzen. Vorher ist er außen in der zweiten Reihe so ein bisschen außen verhungert. Und jetzt fällt quasi Moritz hier vor ihm. Ist mir ganz gut, wenn man dann so einen Traktor vor einem hat. Der ist mal relativ gut beschützt. Und jetzt gibt es auch die nächste Ausscheidung, wo er halt relativ safe ist. Kann jetzt hier unten durchfahren. Fällt jetzt ein bisschen zu doll an. Man muss halt nicht so schnell wie möglich fahren, sondern nur so schnell wie nötig, dass die anderen einen quasi jetzt nicht überholen. Und jetzt bleibt er hier erstmal unten. Allerdings in dem Fall ist jetzt Malte Maschke ausgeschieden. Der hat das aber nicht so schnell mitbekommen. Und deswegen sieht man jetzt hier in der Runde, wird jetzt hier die gelbe Fahne rausgehalten. Und es gibt jetzt quasi keine Ausscheidung. Die Ausscheidungen sind jetzt erstmal ausgesetzt, bis quasi dann das Problem jetzt quasi in dem Fall gelöst ist. So, Max war da klein bisschen verwirrt, weil er quasi die Startnummern ähnlich waren. Und wusste nicht genau, ob er jetzt gemeint ist. Und jetzt sieht man, dass die anderen Fahrer hier ein bisschen neben ihm fahren und auch vor ihm fahren. Und jetzt fährt Malte jetzt quasi also oben raus. Und jetzt hat Max halt vorne seine relativ gute Position verloren. Hier unten kann er jetzt auch nicht durchfahren. Dann wird er jetzt quasi über Blau fahren. Allerdings wird jetzt das Rennen auch erst gestartet. Und in der nächsten Runde gibt es dann quasi eine Ausscheidung. Jetzt hat er hier klein einen mitbekommen, sodass er sich ganz unten befindet. Und Roger ist hier jetzt wieder rechts neben ihm. Und dann muss er erstmal rausnehmen, um dann hochzufahren, zu beschleunigen und dann auch neben Roger zu fahren. Das ist ziemlich anstrengend natürlich. So, jetzt beschleunigt er hier nochmal außen in der Kurve. Man muss natürlich erstmal den Berg in Einführungsstrichen hochfahren. und noch schneller fahren als die anderen Fahrer. Das ist natürlich super aufwendig. Und Max fährt jetzt auch gleich wieder hier vor und reiht sich dann in der ersten Position ein. Gleiches Spiel wie vorher. So langsam wie nötig, aber so schnell, dass man halt quasi nicht eingeholt wird. So, jetzt fährt er hier außen daneben. Und ja, fahren jetzt drei nebeneinander. Das ist natürlich ganz gut für ihn, weil die anderen müssen auch wieder das Gleiche drücken wie er. Und er hat quasi unten die beste Position. Das ist natürlich super hart, weil man immer voll im Wind ist. So, jetzt ist Max Kanter ausgestiegen, ganz knapp neben Moritz Malchereck. Der hat sich diesmal auch von Roger oben einklemmen lassen und konnte da nichts mehr machen und musste da unten reinfahren. So, Max wurde jetzt wieder hier nach hinten gespült, wieder hinter Roger. Ja, der ist quasi immer Vollletzer geworden bisher. Und jetzt gibt er Max immer Vollgas. Wenn er jetzt hier sogar durchbeschleunigt hätte, hätte er sogar Roger jetzt einklemmen können. Aber jetzt fahren sie oben doch beide zusammen, oben durch und sind beide nochmal gerettet. So, Max ist jetzt quasi immer einmal von vorne gefahren, einmal wieder hinten rum. Ja, ist ziemlich anstrengend. Aber hat er ganz gut gelöst, ja. Ist natürlich besser, als wenn man irgendwie in Gefahr gekommen wäre. Und jetzt ist es leider so, jetzt beschleunigen die Gefahrer, er merkt das einen Tick zu spät, ja. Drückt jetzt also auf Gas, ist eigentlich immer relativ sicher. Und jetzt bekommt er hier leider von rechts gleich einen mit, zack, und wird auf blau runtergedrückt. Und das ist halt verboten, man darf halt nicht über blau fahren. Und scheidet es deswegen aus. Ja, ist natürlich enges Ding gewesen und die Fahrer berühren sich hier generell relativ oft, muss man sagen. Aber dadurch ist er jetzt leider hier rausgeflogen in dem Fall. Man sieht auch, wie eng das ist bei den Fahrern jetzt davor. Da wird mit allen Mitteln quasi gekämpft, um die Position irgendwie zu halten. Und jetzt sind hier noch fünf Fahrer im Spiel. Ganz vorne Moritz Malchereck und dahinter viermal Radnet. So, die fahren jetzt hier über Linie, nächste Ausscheidung. Und sind jetzt noch vier Fahrer, die hier fahren. So, jetzt wird das Tempo natürlich immer langsamer, weil man quasi dann nur für die Ausscheidung entsprechend beschleucht, ja. Also es wird natürlich generell nicht langsamer, aber jetzt sieht man, Moritz tritt sich direkt an, weil immer nur für die Ausscheidung selbst dann natürlich voll gefahren wird. So, der letzte Ausgeschiedene war jetzt in dem Fall Roger. Und jetzt fahren sie hier vor. Moritz dreht sich jetzt wirklich ganz lange um, um auch zu sehen, okay, wo ist der letzte Fahrer, ja. Wo sind nicht nur die hinter mir, sondern wo ist der letzte Fahrer. Jetzt sind sie noch hier zu dritt. Und jetzt fahren alle ganz hoch, um den Schwung quasi ein bisschen abzuspeichern. Und jetzt mit einer halben Runde zu fahren, ja, fahren sie dann halt alle los. Man möchte natürlich nicht überrascht werden von den anderen Fahrern. Und jetzt treten sie hier voll aufs Gas. So, die beiden Radnet-Fahrer jetzt hier noch nebeneinander klemmen sich jetzt hier so ein bisschen ein. Und der Fahrer, der natürlich jetzt in der Mitte hängt, der ist ein bisschen auf verlorenen Posten und kommt jetzt nicht mehr durch. Schwer zu sagen, ob er noch vorbeigekommen wäre, wäre er nicht eingeklemmt gewesen, aber so schwierig. So, Moritz täuscht jetzt hier einmal an, ja, geht dann aber doch wieder hoch. Und der andere Fahrer fährt dann sofort durch, in dem Fall Tobias Müller. Und Moritz lässt dann so ein kleines Sprinterloch, fährt hier ran, macht er wirklich sehr überragend, muss man sagen. Und saugt sich in den Windschrank an und fährt dann hier außen daneben. Dann wird es halt nochmal knapp, ja. Und jetzt kommen sie über die Startziellinie und Moritz gewinnt dann in dem Fall. Ja, muss man sagen, taktisch wirklich ein super Rennen gefahren, ja, hat alles richtig gemacht eigentlich. Zweimal war es halt richtig knapp, da wäre er selber fast rausgeflogen. Aber man muss natürlich mit seinen Kräften immer haushalten, ja, und so ein Ausschauungsfall ist immer super, super knapp. Sehr kurz war dieses Rennen auch, gerade weil in dem Fall jetzt auch jede Runde Ausschauungen waren. Hängt damit zusammen, dass es eine 330-Meter-Bahn war und normalerweise wird auf 250 Metern wird halt jede zweite Runde die Ausschauung genommen. Wenn euch Bahn- und Straßenrennen interessieren, dann könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal anschauen, habe ich ein paar. Und ich werde auch noch die anderen beiden Rennen hochladen und zwar haben wir noch ein Scratch-Rennen bei der Deutschen Meisterschaft und auch das Punkte-Fahren. Ich blende euch hier das Problem ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann wünsche ich euch wieder mehr Power und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.